Ja! Cube! Cube! Ja! Wir sind... Hey Leute und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Bloody Cave. Wir sind guter Dinge, dass wir uns jetzt hoffentlich bald finden. Cube, grab dich jetzt einfach an den Border nach oben. Nur nach oben. Ja, mach ich. Ach man. Das ist doch Wahnsinn, was dieser Kubus macht. Ich hab Bäume. Ja, hast du Bäume? Ja. Bist du bei Bäumen? Ja! Das ist doch gut. Junge. Und jetzt grab dich am grünen Border entlang am besten. Ja! Schein mich! Ja, es ist halt so Cube. Ja, auf welchen fucking Spielmodus spielen wir? Warum stirbst du jetzt? Cube, du stirbst. Oh Mann, weißt du gar nicht... Oh, es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Okay, das ist gut. Ey, soll ich die Bäume wenigstens noch farmen? Dann haben wir Holz. Ja. Okay. Danke, Basti. Oh mein Gott, Cube. Ist ja nicht mehr schön. Du bist nicht mehr schön, ey. Hm? 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 Basti, lies doch mal Fragen vor oder so. Ja, das kann ich gleich machen. Das war in den letzten Folgen irgendwie leider nicht möglich. Aber was ich sagen muss, was ich sehr gefeiert habe, ist, ähm, sind eure Fanarts. Das fand ich richtig geil. Ja, richtig nice. Und jetzt fände ich es passend, wenn ihr ein Fanart macht, ähm, zum Thema Basti und Cube. Die beiden finden sich nicht. Ja. Ja. Naja, weil er ist halt ein bisschen ein Auto geworden. Kann ich ja nichts hören. Ja, ja. So. Ich bin jetzt auf jeden Fall full iron. Wollte ich nur mal sagen. Ja, gut. Bin ich auch. Schon seit Folge 2 oder so. Echt? Ja. Oh. Also GGWP. Ich dachte, ich wäre cool. Ah, Manno. So. Bounce. So, perfekt. Ich habe jetzt 22 KKO-Bohnen. Ich wette, wenn einer meine Folgen analysiert und mir das dann schreibt, dann sagt er so, ey, du bist doch fünfmal an der einen selben Stelle gewesen und hast dich nur im Kreis gebuddelt. Du bist gar nicht außen drumrum. Hä, Cube, da war doch Basti. Ja, aber echt so. Hä, bei der und der Minute, da war doch Basti? Unten links siehst du das nicht? Oh Gott, wenn das wirklich so wäre, gell, ich würde einfach mega die Facepalm geben. Schön, Zombie. Geil. Geil. So. Hätten wir jetzt ernsthaft, hätten wir noch mehr Tropenholz, welches du hast, dann hätten wir Smaragde ohne Ende. Wie wäre es denn, wenn du die ganze Zeit einfach mit dem Kakaomehl die Karotten wechseln lässt und Kartoffeln und die dann immer verkaufst, weil das gibt genauso viel. Was mit Kakaobohnen kann man das wachsen lassen? Nein, doch nicht mit Kakaobohnen. Das hast du gerade gesagt. Du hast Kakaobohnen gesagt. Nein. Oh Mann. Lol. 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 Das ist einfach verschwunden. Ich habe eine Kartoffel abgebaut und die ist einfach verschwunden. Die ist einfach weg. Ey, warte mal, gibt es nicht zwei grüne Lehmblöcke? Hm? Ne, glaub nicht. Ich hoffe es nicht. Ja, guck mal ins Dokument. Wenn doch, bin ich vielleicht am falschen einfach. Du bist so ein Otto. Ohne Witz. Du bist so ein Otto, Mann. Warte. Warte. So. Der Push, den ich dir geschickt habe. Ja, es gibt zwei. Bist du bei hellgrün oder bei dunkelgrün? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Bei dunkelgrün. Wie sieht denn hellgrün aus? Ist jetzt die Frage. Ja heller als dunkel. Ja heller als dunkel. Es ist einfach so cool. Was steht denn auf deinen Blöcken drauf? Hm? Wie? Was steht da drauf? Ja, wie heißt die Farbe, wenn du diesen Block ins Inventar nimmst? Ja, warte. Ich baue ihn kurz ab. Mann. Auf englisch aber hast du, ne? Ne, ich hab's auf deutsch. Aber das finden wir locker raus. Okay. Meiner heißt Lime Stained Clay. Also, ich bin bei... Warte, ich stell's mal kurz auf englisch. Aber Lime, das ist das helle. Mann. Cube, du bist beim hellen. Du bist so ein... Nein, ich stell jetzt die Sprache nicht um. Du musst dich... Oh, Mann. Wohin muss ich mich graben? Sag. Richtung rot musst du dich graben. Ach du Scheiße. Okay. Oh, Mann. Grab einfach durchgehend rot. Wenn du durch rot bist, müsste dann... Oder das ist hell rot. Müsste dann braun kommen, dann beige, dann grau. Ach, cute. Okay, ich bin durch rot durch. Ich bin durch rot durch. Erzähl weiter, erzähl weiter. Okay, grab weiter. Kommt jetzt, warte. Du musst mir sagen, ob jetzt dann... äh... Braun kommt. Warte. Ja, braun. Ja. Oh, du bist so ein... Cube, Mann. Ey, ohne Scheiße, ich hab dich die ganze Zeit an grün langgekramt. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich dachte schon so, hä, das kann gar nicht sein. Weißt du? Und dann denk ich mir so, ja, warte mal. Ja, warte mal. Das ist doch schlimm mit dir. Du bist schlimm, Alter. So, jetzt ist... Keine Ahnung, was... Was soll das danach... Bisch. Oder hellbraun. Ja, so ne... So ne Hautfarbe halt. Ach, Cube. Ey, wir haben's doch gleich, Mann. Aber wir haben zwei Folgen verschwinden. Aber warte mal, wenn du an grün standest und zu rot geguckt hast und der Kompass unten links... Ja! Es gibt zweimal das Ganze. Ja, aber dann bin ich doch jetzt auch auf der falschen Seite, oder? Das wissen wir noch nicht. Ich... Okay. So, jetzt bin ich bei... Was soll das sein? Warte, warte. Grau? Ja. Ey, ich hab grad Schafe gehört. Hör, echt? Ja. Soll ich mich dahin graben? Ja, grab dich dahin! Dann hast du vielleicht ne Base gefunden. Ich hör Schafe. Äh... Ja, du auch. Oh mein Gott. Ja, ich hab ne Base. Jawoll. Geil. Was ist da drin? Hier sind Schafe. Warte, ich muss gucken. Alles umlegen. Hier sind Schafe. Wo geht's hier weiter? Verkauf... Tu alles irgendwie. Ich kill einfach die Schafe. Ja, ja. Kill die Schafe. Oder warte, können wir Wolle verkaufen? Mhm. Ups. Egal. Egal. Ist nicht schlimm. So. Aber ich kann mir durch die Schafe endlich wieder was zu essen machen. Danke. Och, cute, Mann ey. Du bist der Hammer. Einfach. Danke. Danke. Aber warte mal. Wenn da Schafe sind... Wo ist dann deren Base? Also hier sind echt nur Schafe einfach. Ja, dann grab umgehend. Ich mein, es gibt Spawneier. Deswegen, äh... Man kann ja die Schafe spawnen. Ja, ach. Und so. Deswegen such einfach. Grab alles umliegendes. Ist aber nix, Basti. Ganz ehrlich, lass lieber... Ich komm lieber zu dir. Wir haben keine Schafe mehr. Ja. Jetzt sind sie tot. Jetzt sind sie down, Mann. Jetzt sind sie down. Easy. Get wrecked, Noobs. Alter. Ohne Witz. Wir haben zu gefailed. Du hast zu gefailed. Ja. Boah. Boah. Sagt der, der beim falschen... Hast du das Zuckerrohr schon angebaut? Nein. Dann bau das Zuckerrohr doch an. Weil wir nur noch eins haben. Ja, wir sollten es auch anbauen. Man hat allgemein nur eins. Hast du noch nicht angebaut? Nein, man hat nur eins. Ich hab's nicht angebaut. Ja, gut. Du Otto, ey. So, ey. Warte mal, jetzt bin ich bei Pink oder so. Stimmt das? Ähm, ja. Grab weiter. Jetzt müsste dann Lila kommen. Und bei Lila ist unsere Base. Warte mal, ich guck dann mal, ob ich deinen Namen sehe oder so. Lila müsste doch dann das Geringste sein, oder? Ich bin bei Lila. Das ist das Geringste. Okay, warte. Du bist auf der Höhe, wo die Bäume wachsen. Ja. Dann grab dich an Lila entlang. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So machen wir das jetzt. Stell dich mal mit dem Rücken zu Lila. Ja. Und guck zu Pink. Ja. Wohin zeigt der Kompass? Äh, geradeaus. Geradeaus? Ja. Also nach Norden. Ja. Bei mir zeigt er noch oben rechts. Das heißt, ich geh ein bisschen weiter. Ja, ich... Warte mal, ich seh deinen Namen noch nicht. Sag mir einfach, sobald du den siehst. Ja. Nee, mach einfach weiter. Ich weiß, wo du bist jetzt. Okay. Ich baue mich jetzt an Lila entlang. Da bist du doch, Junge. Wo? Ja! Cube! Cube! Ja! Wir sind... Oh nein! Oh Gott. Okay, also ich weiß, wo die andere Bases sind. Oh Mann. Cube. So! Das war eine Geburt, Mann! Tropenholz an. Alter. Okay. Nein, das war nicht Absicht, den zu spawnen. Oh Junge, geh doch mal weg da, du Fettsack. Warte. Warte. Ist das okay, wie ich die Base ein... Oh! Oh Mann. Ja, das ist okay, wie du es gemacht hast. Na dann. Oh! Der ist gejoint! Easy! Ja, das ist der, der speltatet. Ich weiß. So. Oh Mann. Oh, endlich haben wir uns wieder gefunden. Ey, ich bin so glücklich. Jetzt dürft ihr das Fanart malen, wie wir uns freuen, dass wir uns wiederfinden. Genau. Genau, würde ich jetzt auch mal sagen. Ey. Das war wirklich eine Geburt, ey. Ohne Witz. Alter. So. Ähm. Bau doch schon mal... Ach ne, warte, hab ich ja. Wir haben so viel Zeit verschwendet, gell? Du hast so viel Zeit verschwendet. Ist halt einfach echt so. Nein. Nein, ey. Aber wir haben jetzt, überleg mal, wir haben jetzt fast einen ganzen Gang, der durchgehend geht über die ganze Map am grünen Border. Ja, das ist gut. Das ist fresh. Das ist wirklich fresh. Ey, wir sollten aber, ähm, unsere Dings, äh, vielleicht sollten wir aber mal gucken, dass wir, ähm, die, da wo ich grad hergekommen bin, mir Cleanstone zubauen. Ansonsten findet ja auch jeder unsere Base, ne? Ja, klar. So. Von Wumbo hol ich mir jetzt eine neue Spitzhacke. Mach das. So. Ähm. Pass auf. Äh. Ich hol mir zwei Spitzhacke. Mach das. Ich gönn dir. So. Holz müssen, müssen wir auch irgendwie... Uah! Endlich. Ah! Zombie. So. Pass auf. Wir machen unsere Taktik trotzdem weiter, okay? Ja, ja, klar. Ja. Also ich werd mich auf... Ne, ich werd mich jetzt einfach... Warte mal, auf der Höhe... Ich glaub... Oh, Mini-Zombie. So. Ich werd mich auf der Höhe, wo ich mich, äh, bei grün, äh, gegraben hab, werd ich jetzt auch bei lila dann graben. Mhm. Dann... Ähm... Spawn doch immer mehr und Zombies vielleicht können wir verkaufen. Ach so, ja. was soll ich denn machen? Okay. Aber... Einfach nur mit dran denken! Okay. Oder ihr, 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 unseren lieben Zuschauer, schreit das einfach nochmal kurz vor Holocaust schreibt einfach nochmal um... Der Gang! Dann wissen wir. Stellt euch mal vor, Interaktion mit Zuschauern würde genauso gehen. Ja. Wie lustig das einfach wären. Oh, warte, warte. Ich hab wieder Holz gefunden, perfekt. Wie so'n Livestream. Mhm! Oh, Sneak mach ich den Namen? ja weil du sie sagt das vertraut ist mein team partner aber ich habe das hier ein bisschen zu eng gebaut merke ich gerade aber egal so ich fahre mit holz und koppel indem ich mich am lilanen dinge entlang bau machst du das awesome von dir das ist echt schrecklich gewesen wir haben so viel zeit verschwendet nein warum haben wir zeit verschwendet wir haben richtig effektiv gefahren und wir haben schon ganzen gang auf einer ebene die kleiner oder größer ist ja in der mitte wird es kleiner ja also die kleiner ist wir haben schon mal eine ebene die kleiner ist haben wir schon mal einen kompletten gang ja ich kann jetzt pass auf ich kann noch mal zwei smaragde machen du kannst noch mal zwei smaragde machen ich kann auch noch mal zwei machen mit 31 wir brauchen mal hier habe ich vorhin weggeworfen ich genie 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 also die kann ich auch verkaufen zack zack dann so warte mal das ist was gleiches dass da oder habe ich reisen das und das mach mal ein paar kisten ja ich ja mach aber ich mache halbwegs versteckt da hast du dir eine kiste schon gesehen die habe ich ganz hinten im eck bei den kürbissen warum spawnt er nicht jetzt wombo man wir machen die taktik einfach jetzt weiter so weißt du wie lange wir noch haben jetzt rum aber lassen noch eine machen ja klar bis zum nächsten mal hauen und schön Tja 8 2 1 e adverse